Ach ja, so runterkommen und entspannen. Das ist doch wunderbar und vielleicht demnächst sogar mit der Legalisierung von Cannabis noch intensiver? Doch gilt das auch für den Sport? Was hat das für eine Wirkung im Sport und müssen wir uns damit beschäftigen? Das erkläre ich euch hier im Video. Was ist Cannabis und Sport gerade in der aktuellen Zeit natürlich heiß diskutiert, weil wir stehen ja offensichtlich kurz vor einer Freigabe für die Alltagsdroge, wie wir sie ja so oft beschreiben. Aber macht es im Sport eigentlich Sinn? Und da muss man sagen, haben wir noch nicht ausreichend wissenschaftliche Informationen darüber, ist es denn wirklich in der Tat so? Ist also alles reine Theorie. Allerdings müssen wir auch sagen, es steht aktuell noch auf der Dopingliste. Man beschäftigt sich damit, aber gerade vor zwei Jahren ist eine amerikanische Sprinterin auch auf Cannabiskonsum positiv getestet worden. Hier wurde sogar die Teilnahme Olympischen Spielen deswegen untersagt. Was bringt es? Es gibt wie immer Pro und Contra. Es hat natürlich Wirkungen, die berauschende Wirkung, die dazu führt, dass wir etwas ruhiger werden, entspannter werden, euphorisierter sind, vielleicht anders mit Situationen umgehen und diese einschätzen. Das macht das Ganze hier auch so attraktiv. Wir sind risikofreudiger und das ist natürlich gerade bei vielen sportlichen Aktivitäten vielleicht ein positiver Effekt. Aber gleichzeitig natürlich auch, weil es die persönlichen Grenzen einfach dann überschätzen lässt, auch gefährlich. Wir sind aber auf der anderen Seite auch dadurch vielleicht, weil es auch körperliche Reaktionen hat, nicht mehr in der Lage, Leistung optimal abzurufen. Insbesondere nämlich in jenen Sportarten, wo es um Schnelligkeit, um maximale Lasten, um maximale Bereitschaft geht. Insbesondere in Kraft- und Ausdauersportarten oder auch in entsprechenden Trainingssituationen macht es letztendlich kaum Sinn. Wir haben einen Effekt, der auf die Schmerzen geht, auf die Schmerzwahrnehmung geht. Auch hier sind wir deutlich in der Schmerzwahrnehmung beeinträchtigt, beschränkt, was sich in Ausdauerbelastungen manchmal natürlich positiv auswirken kann, wenn man bis an die Schmerzgrenze gehen muss. Und daran erkennt man schon viel Unklarheit. In diesem ganzen Substrat steckt natürlich drin. Insbesondere dann noch, wenn wir auch uns mit den Modifikationen wie mit dem CBD zum Beispiel auseinandersetzen müssen, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, wie gehen wir damit um. Aber eins ist klar, die berauschende Wirkung fehlt. Und dementsprechend dann die Euphorisierung und dieses enthemmt sein, das fällt weg. Insofern könnte es vielleicht sein, dass wir in der Zukunft sehr viel mehr CBD als Alltagsdroge, als Alltagsdoping finden. Insbesondere dann, wenn wir uns in gestressten Situationen befinden, also wenn wir sehr stark immer unter Damm stehen, nicht ruhig schlafen, runterkommen müssen, dann könnte das in Tröpfchenform eingenommen durchaus eine Lösung sein. Also Fazit. Cannabis macht im Sport in der Regel meines Erachtens noch nicht so richtig Sinn, weil wir erst nicht so genau wissen, aber für Kraft- und Ausdauersportler macht es überhaupt keinen Sinn, weil sich biologische Reaktionen dahingehend verändern, dass die maximale Leistungsfähigkeit gar nicht mehr so richtig abgerufen werden kann. Für alle anderen, für psychische, mental höhere Belastung könnte es Sinn machen und dementsprechend weiß ich, bin mir ziemlich sicher, dass die Anti-Doping-Agentur in den nächsten Jahren noch nicht so viel daran ändern wird, wie aktuell. Cannabis wird auf der Doping-Liste bleiben. Allerdings CBD, das ist so ein Alltagsding, da kann man schon mal überlegen, gerade wenn man gestresst ist, ein paar Tröpfchen mal ab und zu zu nehmen.